Liebe setzt sich über alle Grenzen hinweg. Tja, zu Corona-Zeiten war das nicht der Fall. In Dänemark sind nun die Vorschriften gelockert worden und Ausländer dürfen einreisen, wenn sie aus einem der nordischen Länder oder Deutschland kommen und mit einem Dänen oder einer Dänin eine Liebesbeziehung haben. Und das seit mehr als sechs Monaten. Diese beiden Studenten warten auf ihre Freundinnen aus Norwegen. Ich warte schon so lange auf diesen Moment. Ich freue mich sehr. Es ist schon so lange her. Wir haben uns seit Februar nicht gesehen. Sehr lang her. Wir sprachen jeden Tag auf FaceTime miteinander. Sie ist aus Norwegen, deshalb darf sie kommen. Ursprünglich mussten noch Beweise für die Liebe vorgelegt werden, wie Briefe oder Fotos. Doch jetzt reicht eine eidesstattliche Erklärung. Moin, moin. Haben wir meinen Ausweis? Auch dieser Däne ist froh, endlich wieder seine Mutter im deutschen Flensburg besuchen zu dürfen und mit ihr auf dem Balkon Kaffee trinken zu können. Und wie ist der Name so? sie in der Richtung. Das war es auch so lange. Das war es für das Wolland. Und kann nicht sein, dass ihr dann seid, dass ihr dann seid, dass er sich in die Welt an sein kann. Und das war es für sie sein,